mal rein durch ja 103 die Truppen gibt es hier zwei ist erledigt wo bist du denn da gerade was ist denn das du da stehst es ist ja auch kein so wie kommt ich hoch jetzt irgendwie gehabt also das team wird mir zumindest nicht angezeigt okay genau ich bin in der ruine so nächstes großlager hauen wir im dickerchen auf die tschema Ich hab schon weggeschnitzelt hier den Typen. Wieso komm ich da nicht hoch, man? Du hast das Lager abgeschlossen. Oh, wow. Das sag ich auch immer wieder. Warte, ich komme nicht rüber. Warum? Mein Charakter will nicht rüber gehen. Ja, ich weiß nicht. Du musst das benutzen, was du bekommen hast. Wie kann ich das benutzen? Wie kann ich das benutzen? Du musst die ausstatten. Ich komme halt nicht rüber über das Ding. Wie kann ich da irgendwas verwenden? Du musst... Ja. Ja. Dann ziehst du entweder gegen die Wand oder auf den Boden. Dann fährst du hoch und wenn du gegen die Wand ziehst, dann kannst du weiter rüber. Ich muss erstmal irgendwie da rüber kommen. Über diesen Abstand. dann fährst du auf die Wand zieht. Okay, jetzt hab ich... Alles gut, ich hab's geschafft. Das war der Gedanke. Das wollte ich nur wissen. Du kannst mich schmalern. Dich? Schade. Mach mal. Labellbogen... Berühren. Hm. so habe ich jetzt alle oder aktivieren hat es auch beide pisten aufgemacht die eine habe ich bisher nur also die andere die muss ich noch machen die ist gerade wie eingesperrt die du musst muss kann oder wird so weit ins lesen bürgern so ich habe alle lager habe ich jetzt nicht da unten ist eine habe ich übersehen es möchte nur aber willst du mich verarschen es geht das ding nicht ja ich mich ich mich schon ich bin gerade auch ja 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 ich gleich mach nur das letzte lager level 24 bin ich ja schon ich bin immer noch 18 und ich hänge in dieser scheiß der ruine fest aber ich habe zumindest dass die zweite truhe jetzt cool ich bin gestorben ich bin einfach gestorben weil ich lust für die langeweile hatte keine ahnung ich bin ertrunken aber das ist halt so wild auch uschi du brauchst ja genau du brauchst mich ich bin schon wieder gestorben vor allem du kannst nicht mal vernünftig dich aufheilen weil du bist erstmal eine minute warten bis du den nächsten kohlkopf essen kannst ich habe fast kein leben mehr der vibriert schon der controller ja sterbe ich halt wieder kein problem tschüss verlasse ich das ding jetzt versuchen wir die ganze scheiße nochmal so Ja. 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 Ja, du brauchst nicht jetzt was daran zu springen. Kannst doch drück vorbei springen. Du springst halt ins Wasser. Ja, dann lass dich halt grillen, Uschi. Ach, geh mir nicht auf. Ah, ja jetzt, ey. Da wirst du erst mal fünf Kilometer weggeschleudert in die nächsten Laser rein. Ich hab's wieder kein Leben mehr. Nee, ich bin heute extrem schnell genervt. Heute gingen sie mir alle auf den Sack, deswegen bin ich heute extrem reizbar. Die Kanone. Kanone kann ich hier schlecht verwenden, aber gut. Du musst mit der Kanone auf die Plattform ziehen, die da hin und her fährt und durch das Erhöhte kommst du über die Laser vorbei und kannst drüben wieder drüber springen. Okay, das wusste ich jetzt nämlich nicht. So. Dann machen wir's so. Alles gut, jetzt hab ich's. So. Ja, kein Problem, zieh mir am besten mit einem Schlag kein ganzes Leben weg. Wir betweener mich nicht lernen. Jungen! Die Kinder sind einfach trainig. Ich weiß nicht, wie sie werfen? Nein, хочу, ich bin Lara. Da. Okay. Ja, du. Cool. Ich hab ihn ja wohl nie geheißen. Er hat fünf lebt. Vielleicht soll ich ja auch mit drei runter. Ja, du hast das angekommen. Haha. ja natürlich aus da brauche ich auch nicht 25 ja 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 hat mich gerade berührt ja 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 fuck you ja ich habe keinen bock heute Das kriegt die Scheiße nicht gebacken heute. Wollen wir den Magen kämpfen? Ja. Okay. Jauauauau. Wie konnte ich denn nochmal das Team verlassen? Wir sind auf das Team L1 und dann nach links. Und dann auf L2 und dann die Betragsfertiger auf das Team verlassen wird. Du kannst aber auch an der Seite mit dem Corsa drauf gehen und gehst auf das Männchen mit Pfeil oder so. Und dann auf den verlassen wird. Ja, ne, ne, ne. Sag mal mal eine Frage, was du... Hast du heute eigentlich schon mal deine ganze Lebenskraft ausgesucht? Ja, das brauchst du ja. Ich muss nämlich Team verlassen für die Hauptmission. Ja. 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 Dass da bei der好了 gemacht wird. Ey. 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 Vielen Dank.